Herzlich Willkommen liebe Clasher bei einer weiteren Folge Clash Royale mit mir, dem Thorsten. Wie ihr seht, ich bin kurz vor Arena 6. Tatsächlich habe ich noch viel, viel mehr Kämpfe verloren, aber ich habe mein Deck noch mal gewechselt. Wir machen mal einen Testangriff mit meinem aktuellen Deck. Ihr seht selber, es gab den Rambock ja im Angebot. Das Angebot habe ich genutzt. Ich habe ihn allerdings vorher schon in einer Truhe gehabt, aber dieses Deck hier etwas modifiziert, hat mich ziemlich stark abgenutzt. Deswegen habe ich gedacht, das kopierst du mal, das probierst du mal aus und das machen wir jetzt auch. So, gucken wir mal, was uns erwartet. Ein Level 8 Gegner. Und mit dem Deck kann ich sowohl eigentlich Luft bekämpfen, als auch gute Bodensachen machen. Und mit dem Spiegel habe ich allerdings noch gar nicht gekämpft. Den habe ich jetzt mal ein, zwei Level hochgebracht. Mal gucken, was der und wie der vor allen Dingen taucht. Das kann ich noch gar nicht genau sagen. Das, was ich auf jeden Fall hier mit drin habe, ist dieser komische Wirbel. Den habe ich mal genommen, um hier die Truppen vor allen Dingen, diese blöden Ballons ein bisschen wegzuhalten. Oder aber auch mal so ein Magier hier so ein bisschen wegzuschütteln. Und da hat man es gesehen, das bringt eigentlich ganz schön viel. Ich bin schon ganz gut an seinen Turm dran. Das ist ja mal selten, dass ich mal an einen Turm komme, muss ich mal sagen. Und jetzt kommt er natürlich mit sowas. Da denkt er sich wahrscheinlich, dass ich da sicherlich so einen Teil setze. Ich setze mal hier oben mein Fass. Mal gucken so von zwei Seiten, was er dazu meint. Und er ist am überlegen, weil wahrscheinlich seine Truppen etwas mehr Elex kosten und dementsprechend teuer sind. Das heißt, er hat etwas längere Wartezeiten als ich vor allen Dingen und kann hier eigentlich jetzt schon mal, egal mit was er jetzt kommt. Der war ein bisschen daneben, aber ist nicht so schlimm. Das kriegen wir noch hin. Allerdings diese Ballons, die stören mich jetzt nicht wirklich. Aber ich meine, wenn er dann durchkommt, dafür habe ich eigentlich den, diesen komischen Wirbel, dass ich den so ein bisschen wegpuste irgendwie. Okay, jetzt kommt er da mit. Ich konnte einfach jetzt da mit, weil er muss dann da rauf gehen. Ah ne, der geht da nicht drauf. Oh, okay. Dann gehen die aber dafür durch, was natürlich auch nicht schlecht ist. Und den hauen wir gleich noch mal per Spiegel noch mal durch. Die halten wir jetzt mal ein bisschen weg. So, ja, ich glaube, der Wirbel macht auch ein bisschen Schaden. Ich weiß es gar nicht so genau. Oh, das ist jetzt scheiße. Okay, das muss ich jetzt erst mal, das muss ich so kontern. Das geht nicht anders. Oh, der macht viel Schaden. Okay, den haben wir. Dann wirbeln wir jetzt den hier weg. Okay, und gehen hier ganz geschmeidig schon mal auf seinen zweiten Turm. Da sehen wir es jetzt. Der Wirbel hat richtig schön den Ballon weggebracht. Oh, ich brauche nicht mehr viel da hinten an seinem Turm. Das ist natürlich ziemlich cool. Jawohl, das haben wir. Ah, nein. Mensch, das Kinders, ey. Was ist denn das für eine Scheiße? Ach, komm, ey. Ich schmeiß das Handy gleich weg, ey. So ein Mist. Meine Herren, da passe ich einmal nicht auf. Jetzt grinst du auch noch so blöde. Naja, okay. Machen wir noch eine zweite. Mensch, ich habe Glück. Ich bin in Arena 6. Hurra. Jetzt kann ich mich erst mal wieder hochkämpfen. Zwei, drei Kämpfe bis auf 2000, dass ich wieder in 7 komme. Aber selbst in 6 kriege ich hier Level 8 Gegner. Und die haben bestimmt irgendwelche Hölzer oder was auch immer da mit drin. Aber wir gucken mal, was uns hier im zweiten Kampf erwartet. Und ich kann ja auch nicht ewig aufnehmen hier, bis ich mal echte, echte gute Folge habe. Das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ich nehme einfach mal den Wirbel, weil ich gar nicht weiß, womit er kommt. Er kommt mit gar nichts. Okay, dann können wir das Ding hier auch so übernehmen. Kampflos ist mir auch fast am liebsten. Ich meine, wie ich hier jetzt meine Sterne mache, beziehungsweise meine Türme mache, ist mir ganz egal. Wenn der Gegner nicht angreift, dann haben wir da natürlich kein Mitleid, sondern kommen hier mit dem raus, was wir haben. Ist umso besser. Umso besser. Zweiter Turm, jawohl. Dann nehmen wir doch den hier gleich von vorne. Und dann haben wir, denke ich mal, zumindest schon mal unseren einen Platz gefüllt. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann habe ich mal in zwei Folgen für einen Erfolg gebraucht. Und der war auch noch so billig. Okay, das ist mir egal. 26 Pokis dazu. Das heißt, wir marschieren jetzt schon wieder auf die Arena zu. Wir bauen nicht um, gehen direkt rein in den nächsten Kampf Arena 6. Ja, King Temp. Okay, er ist nur ein Temp-King, aber lässt sich vielleicht nicht so überrumpeln, wie das andere gemacht haben. So, da kommen wir gleich mal mit dem Fass hinterher. Das war schon mal so ein bisschen wenigstens was an den Turm kriegen. Jawohl, so ein bisschen haben wir schon geschafft. Das ist in Ordnung. Und wir nehmen hier mal unseren Drachen. Immerhin Level 3 Drache. Das ist nicht schlecht. Okay, er hat natürlich jetzt auch nicht so die starke Armee. Und da können wir richtig gut durchpushen jetzt. Jawohl, ich weiß schon, was mir hier fehlt. Mir fehlt hier, glaube ich, dann im Sommendeck auch noch so ein bisschen der Wutzauber. Aber da gucken wir mal. Ich setze mal hier direkt meinen Rambock auf. Ah, der geht sogar noch weg. So, den noch mit hinzugemacht, dass die ein bisschen Schaden kriegen. Ah, scheiße. Ja, das ist doof. Den Wirbel muss sich anders einsetzen, sehe ich schon. Aber so wirklich weit kommen die beiden jetzt auch nicht. Oh, in Wut könnten sie natürlich ein bisschen was schaffen. Schaffen sie auch einmal im Turm? Okay. Aber das hält sich jetzt gerade noch so in Grenzen. Wir nehmen das Fass zur kleinen Verstärkung. Da kommt er mit dem Magier. Der Magier ist jetzt abgelenkt von dem Drachen und 416. Okay, ein bisschen müssen wir da noch tun. Wir spiegeln das Fass gleich. Das ist mir jetzt egal, wie er hier jetzt auch durchkommt. Er wird jetzt meinen Turm natürlich auch schaffen. Aber ist nicht so schlimm. Und wir gehen auf seinen mittleren Turm. Wir stürmen jetzt mal durch. Glaube ich, wir gehen nicht auf den linken Turm. Das bringt, glaube ich, nichts. Müssen wir mal gucken. Er wird ja auch mit irgendwas jetzt kommen. Und das, was ich natürlich machen kann, ich kann ihn hier jetzt nehmen. Und dann ist der Drachen die ganze Zeit im Beschuss. Kann eigentlich nicht wirklich viel ausrichten da. So, jetzt sind wir schon am anderen Turm dran. Wir zücken auch mal unsere Hexe raus. Wir nehmen die ganz vielen. Okay, das wird jetzt natürlich der Magier leider erledigen. Dann nehmen wir den nochmal. Haben wir ja gespiegelt. Und wir drängen den Magier mal ein bisschen zurück, beziehungsweise dieses Flugtier hier. Kommen hier mit dem billigen Fass nochmal und ziehen mal die Speere Goblins hier in der Mitte. Jawohl, das sieht gut aus. Dann hauen wir jetzt mal den Bock hier direkt auf den mittleren Turm. Er kommt jetzt natürlich unserem Turm hier unten ziemlich nahe. Den muss ich erstmal ein bisschen abwenden. Und dadurch hat er ein bisschen Schaden gekriegt. Oh, die beiden Elite-Barbaren. Auf die muss ich natürlich jetzt kurzfristig mal aufpassen. Und auch auf dem hier aufpassen. Oh, er ist an meinem Turm. Nee, 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 nee. Komm, 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 komm. Okay, der ist jetzt nicht so schlimm. Aber wir zickeln hier mal unsere Hexe. Nehmen den hier. Und einmal den Rambock hinterher. So, jetzt aber. Komm. Oh, nein. Na ja, ist egal. 34. Das ist noch nicht so prall. Jetzt wird er wahrscheinlich gleich wieder ein Wut nehmen. Denke ich mal. Aber ich glaube, da kommt er auch nicht wirklich durch. Wir gucken mal. Die pusten wir noch ein bisschen nach hinten. Ach, jetzt kommt er wieder mit dem Magier. Es ist immer das gleiche Spiel. Ich meine, mit mir natürlich auch. So ist es nicht. Und das war jetzt ein Turm, glaube ich, gerade. So, ich setze mal den Rambock, dass der hier abgelenkt ist. Sind beide sogar abgelenkt. Kron K.O.? Nee, kam vorbei. Okay. Jeder hat einen. Alles klar. Ja, er ärgert sich. Aber ich freue mich. Egal. Ich werde noch ein bisschen weiterspielen. Aber das war es erst mal mit der Folge. Wir waren erfolgreich. 1970 sind kurz vor Level. Beziehungsweise hier heißt es ja nicht Level, sondern Arena. Und ich werde über Nacht die große Truhe öffnen. War gar nicht mal so schlecht. Das Deck ist in Ordnung. Guckt euch das Deck an. Vielleicht könnt ihr mir dort sagen, was ich noch verbessern kann. Anstelle des Rambocks war übrigens diese komische Elixierpumpe da drin. Mit der kann ich natürlich auch gar nichts machen. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in einer hoffentlich etwas heiteren Folge als die gestrige. Und die heutige war ja ganz gut durchwachsen. Wenn euch das Video also gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da. Und dann sehen wir uns wieder, wenn der Toto wieder Clash Royale spielt.